moin leute willkommen zu diesem neuen video genau wir spielen eine runde natur hier unterwegs ja und jetzt haben wir schon direkt die nächste map wir gehen einfach hoch wie gesagt kurze spielerklärung ja da musst du einfach überleben fertig gut da kommen wir wolke ich hab jetzt schon keine lust mehr ich stelle mich einfach hier hin und eis mal also leck mich na ist das der ernst hier oder was ich hab ne glatze durch den scheiß sonnale bekommen ich hab ne glatze denk mich doch im südbe wir haben vorhin schon gespielt und da stand ich kurz abkarum und äh hier sie hat mir erzählt dass ich einfach nicht gestorben bin mit sei lang gut ich höre jetzt könnte aufstehen aber afkar stehen macht schon sinn auf was kleines wie niedlich hallo willkommen was kann ich für sie tun ich hätte gerne ein paar haare weil ich hab ne glatze wäre das möglich ok das macht 10.000 euro wir wollen 100.000 euro können sie haben aber gucken sie mal nach draußen dann sehen sie was noch toller ist als 100.000 euro vielen dank für ihre bestellung wir haben wegen dem sturm ein paar lieferprobleme bitte haben sie geduld ok ok gut also den warten wir mal wir riskieren es jetzt wir sind draußen oh wir sind einfach mal da rein und was sagst du jetzt zu diesem sturm der gerade war nicht sehr krass nur doof dass du deine haare nicht bekommen hast perfekt perfekt wie sieht es mal deiner tankstelle aus sehr gut da diese rennfahrer sehr viel sprit brauchen ja oha mann cool ich kann ja oh wir fahren jetzt rein wie in mario kart hallo hallo wir sind zu fett wir drinnen um ein virus von allen menschen weg wir brauchen masken wann kommt die impfe halt stopp es bleibt ja alles so wie es war Ohne Masken. Ist so ohne Masken Alter, sag mal hier hackt's oder was? Ah, die pinken Dinger sind der Virus. Glaube ich. Saft. Sorry. Shadow, geh weg von mir. Ich brauche kein Bierhaus. Wo bist du? Ich bin bei der Brücke. Oh, Mama. I see you. Hallo. Oh, geil. Junge Easy Peasy, was ist denn mit uns oder nur? A apple a day saves the day. Red apples last forever. Click now. Just 80 Robots. Nom 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 nom. Ich kenn's eigentlich nur an apple a day keeps the doctor away. Schau drauf. Hier war die App, wo ich so auf K stand und sie... mir gewartet hat danach. Joa, ähm. Ja. Du hast halt überlebt. Also nicht ganz überlebt, aber länger überlebt als andere, die da rum brauchen. in den kleinen Daten schenkt Okey. Das ist Zeugend sah alle. Tausend, ne? Alles molecules das noch aufy farb, der ist ein einfaches Kerल aus. Sehenêmement die die verköpfeile Dinger oderatique kann ein kissern. transgender doesn't give you power their wife, huh? Und die map, okay die LIke. Hard點 darwo吃 ist ein tugvoll. Geh verrecken. bitch, ba, bitch. von mir. Durch den bin ich fast gestorben, oh mein Gott, ich hab das Gefühl der Vulkan, bricht gleich aus. Ist das der Ernst, ich bin fast tot, ich hab eine Lebensanzeige von Einglächten. Eins wahrscheinlich. Es war eine ziemlich dumme Idee nach ganz oben zu gehen, weil, look at these. Ja, Keller macht jetzt wenig Sinn, wenn ich ganz oben bin, das ist ein Problem, weil ich dann schnell tot bin, wenn ich runter allein bin. Ich bin gleich tot. Also ich bin eigentlich schon generell tot, aber auch noch. Ich bin gleich noch toter als tot tot. So schätz mal, du kannst nicht hochkommen. Ja, ich bin tot. Ich weiß nicht, warum ich so dumm bin, ich wollte eigentlich nur rausgucken. Aber so müh, ich lauf diese Scheiß-Teile runter. Dich schubs mal runter. Ich hab dich, Säge, ich hab dich nicht so dumm, ich bin. 見ない ist das der ernst, dass jetzt in seinen Sturm kommt? oder was auch immer das ist nöööö pffttttttttttttttt ich brauche ne safety car Hallo, könnt ihr mal wieder aufhören, mich zu rum? Ich würd gern hier hoch. Alter, rückwärts ist das Auto schneller als vorwärts. Sandstorm. Dodge Flying Objects. Dann gehen wir mal irgendwo hin. Das hat mir letztens auch geholfen, dass ich irgendwo reingegangen bin. In der Ecke oder so, keine Ahnung. Gut, hier habt ihr dann auch mal kein Met überlegt. Hier haben wir hier so ein bisschen... ...zubahren, ich weiß nicht. Ich will jetzt auch nochmal lang, keine Ahnung. Und hier bin ich. Seed is in Tower. Ich versteck mich hier in dieser kleinen... ...Pretzer. Alter, ich seh gar nichts mehr. Achso, ich hab auch gegen Stein geguckt. Die K ведete in diesem clinicianschl organiziert voll singlos. Hier geht's nochmal lang. Machst du drei bis vermachen? Das ist die Klamentsassen im leckeren Mal. Lecker, roh, lecker. Perfekt, wie er uns alle ausschaut. Spiderman! Spiderman! Und weiter kann ich den wechseln. Coastal Quickstock. Und ich kann ihn wie cool. Was immer auch jetzt kommt, ist das Tsunami. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt gar nicht los. Alter, was ist mit mir los? Das war nur eine Schätzung, ich weiß es nicht. Ich glaube das zweite oder dritte Mal jetzt hintereinander, dass ich es geraten habe, aber okay, cool. Ich sollte lieber hier reingehen, weil ich hier, glaube ich, so ein bisschen noch geschützt bin. Aber wie das Jahr ist öffnet, ist auch nicht geil. Ich werde mit euch, ich stecke jetzt. Ich schalte mich schnell auf. Ich schalte mich schnell auf. Ja. Wir sind alle gestorben hier auf dem Thorn, das hat gar nichts. Also Leute, das war's mit diesem Thorn Video. Habt einen wunderschönen Tag und let's go! Hier ist bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.